Warte, die Soldaten sehen doch, dass hier Licht brennt. Nein, die Außensichter gehen nicht. Woher weißt du denn? Melanie von den Firefly-Verkehrsfeld. Das sieht cool aus. Hast du Lust? Ja, aber holla. Lass uns doch einmal ein wenig reiten. Okay. Ja. Bist du bereit? Was machen wir? Wow, wow, wow. Riley, komm her! Ja, nein, du schaffst das. Los! Oh Mann, das ist irre. Oh Mann. Komm, Sean, komm hier hoch. Setz dich neben mich. Okay, warte. Ah. Ah. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich bin doch gerade erst drin. Liebe! Also, ich fand's toll. Da hast du's. Oh. Was ist das? Was sagt der Hase zum Igel? Oh. Was ist das? Du bist so spitz, finde ich. Nee, oder du hast noch ein Witzbuch entdeckt? Was bekam der Kannibale, als er zu spät zur Party kam? Ähm. Die kalte Schulter. Hahaha. Wow. Mit einem Witzbuch. Und einem Karussell. Okay. Bist du bereit? Bereit. Wofür? Witz. Was bestellt ein Hund im Restaurant? Bay-Kartoffeln. Ah. Hahaha. Sehr gut. Nein. War er nicht. Kauktes Ei am Morgen, ist kaum geschlagen. Hahaha. Ich wünsche ich, dass er gefällt mir. Den hab ich nicht verstanden. Ein gekochtes Eier am Morgen ist nicht zu schlagen. Ach so. Ha. Wow. Wirklich. Hahaha. Und ich kann es einfach verspägen. Hahaha. Schön. Warum wachsen auf dem Mond keine Blumen? Es gibt zu wenig Erde. Oh. Hahaha. Wohin geht ein Wald zum Essen? Ins Wahllokal. Oh. Hahaha. Alban. Das ist Alban. Was heißt Geigenkassen auf Spanisch? Fidel Castro. Ja. Mäh. Wie entstehen Kinder? Na, Intimarbeit. Oh. Ja. Papierst du? Ja. Intim. Intimarbeit. Ja. Ich kannte mal einen tollen Witz über Amnesie. Aber ich hab ihn wirklich. Hahaha. Wie findet Knecht Ruprecht den Weg? Mit dem guten Planer. Hm. Okay. Äh. 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 Oh, das weiß ich. Nee, am Ende des Ganges. Oh, der Fluss. So ist dieser Fluss in Indien. Das war bis jetzt der beste. Ja, klasse. Hört das irgendwann auf? Wenn er vom AA-Treffen kommt. Weil es so ernüchternd war. Okay, wo man wohnen kann. Klar doch, das habe ich schon oft erlebt. Das war's, das ist der ganze Bild. Mietzhaus. Ah. Abendzeitungsschlagzeile. Comiczeichner tot aufgefunden. Tatumstände noch Skizze. Ja, der ist toll. Oh Mann, ich liebe das Buch. Wie bezeichnet man einen ausgehungerten Vampir? Ah, okay. Und, ja, okay. Okay. Was macht ein Hacker an sich? Oh, wie schau das aus? Fisch mit den Haaren. Das ist so was von doof. Das ist so was von doof. Äh, ja. Ich möchte das jetzt durchziehen. Ja, naja. Wow, nein. Wo kommt ein Einwanderer an? Im Secondhand-Shop. Ähm, da war dieser Typ. Eine Cola-Dose an den Kopf zu haben. Zum Glück war es ein Soft. Also, ja. Okay, das war's. Können wir nochmal fahren? Scheinbar nicht. Der Fotoautomat ist an. Ellie, das müssen wir ausprobieren. Fotoautomat? Achso, wo konnte ich sprinten? Da konnte ich sprinten. Okay. Freunde, Liebe, Kuhl. Ich bin der Frosch. Du kannst dir keine Figur aussuchen. Okay, Lächeln. Nein, keine Hasenohren. Okay, was Gruseliges. Das ist so ein Geier. Oh, jetzt mal eine Fratze. Okay. Jetzt ein Knatschgesicht. Okay, jetzt einfach gucken. Okay. Okay, jetzt ganz sexy. Oh, wie sexy. Oh, wie gucken die denn bitte sexy? Das sind, keine Ahnung, zwölfjährige Mädchen. Was ist denn los mit euch? Okay. Facebook. Ja. Achso, nein, nein. Ja, als ob ich jetzt... ...einfach irgendwas... ...deinen Nachnamen oder so. Oh, okay. Und fertig. Oh, es feilt. Keine Internetverbinder. Hahaha, wie geil. Drücken. Und wir trufen unsere Bilder einfach aus. Die ist falsch. Neuer Versuch. Okay. Oh, komm schon. Verdammt. Was ist jetzt passiert? Jetzt ist es bei uns. Ich glaube, du hast recht. Also... Wollen wir uns weiter umsehen? Irgendwann... ... ... ... ... ... ... Was? Oh, ich hasse sie. Wieso klingt sie denn bitte so blöd? Ja, oder? So würde ich es machen. Achtung. Die 6 Uhr Schicht beginnt in 10 Minuten. Okay, jetzt ich, jetzt ich. Alle Einwohner müssen stets einen aktuellen Ausweis bei sich tragen. Melden Sie jegliche Anzeichen einer Infektion sofort dem zuständigen Bereichsleiter. Nicht vergessen. Und Tätigkeit kostet Leben. Ja, das wäre viel besser. Okay. Gut. Äh, wir gucken uns ein wenig um. Wir haben hier eine Küche. Scheinbar. Haben wir hier schon? Ich glaube nicht. Nein, aber hier scheint auch nicht wirklich was zu... Oh doch, Hallöchen. Küchennotiz. Ich bin so ein Arschloch. Ich habe vor ein paar Tagen früh kam meine Portfolio zurück und da sitzt die kleine Ellie neben meinem Zelt und streichelt mein Pferd, während sie sich die Augen ausholt. Und was mache ich? Ich hau ab, bevor sie mich bemerkt. Ich meine, was zum Teufel soll ich sagen? Hey, Winston. Hi, Ellie. Hörst du bitte aufhören zu weinen? Es stört mich. Danke. Ja, das wäre toll gelaufen. Sie ist immer so fröhlich mit ihren endlosen Fragerei, dass man gar nicht auf den Gedanken kommt, dass sie tief im Inneren so traurig ist. Sie trägt diese Maske wirklich gut. Ich bin so ein Arschloch. Oh, das ist peinlich? Wo ist sie denn? Achso, da hinten. Lass uns hochgehen. Mal sehen, was da los ist. Okay. Eine Rolltreppe, eine funktionierende... Oh ja, au ja, ich bin dabei. Bitte, lass irgendwas heil sein. Irgendetwas. Nicht erzählen, dass alles kaputt ist. Motor, einschalten. Okay, das sind die Kanonen. Los geht die Sprichur. Oh Mist, Hanale-Kurve. Oh mein Gott, die kamen direkt auf mich zu. Ellie, erreich die Ziellinie. Ein Wagen abknall? Das Spiel ist bescheuert. Niemand ist vollkommen... Wo ist denn... Da haben wir was. Nein, sag jetzt nicht, er ist kaputt. Er ist kaputt. Mann, ich wollte so gern damit spielen. Kannst du doch. Wie? Okay, komm her. Schließ die Augen. Na los. Okay. Damit bewegst du dich. Damit bockst du und damit rückst du zu. Und zum Blocken den hier. Okay. Zuerst spielst du deinen Charakter. Du spielst als die unaufhaltbare, prallenschwingende, umwerfend schöne Angel Nights. Soll ich mir das jetzt alles vorstellen? Die Augen zu. Hahahaha. Du bist am Rande des Schattentempels. Ein uraltes, mystisches Gebäude, wo die Turniere der Unsterblichen stattfinden. Ein Gegner, Blackfang. Tritt aus dem Tempel. So ein weißer Muskelberg mit drei Armen. Das sieht aus deinem Blut aus. Die Musik wird lauter, als er seine Kampfstellung einnimmt. Bereit und lieb. Und ein Kampf. Und ein Kampf. Blackfang rast auf dich zu. Er greift dich mit einem Doppelschlag an. Spring hoch. Ja, er schießt an dir vorbei. Du landest hinter ihm. Schnell, schlag ihm in den Rücken. Wie geil ist das denn? Ach du Scheiße. Alter, das ist ... Das ist gar nicht so leicht. Fuck. Nicht perfekt. Der Bildschirm wird dunkel. Angel Knives Clown fangen an zu glühen. Sie durchbohrt seinen Körper wieder und wieder, bis ihm das Herz aus dem Oberkörper springt. Sie holt mit ihrem Bein aus und schlägt ihm in einem Roundhouse, tritt den Kopf ab. Eine Blutfontäne ergießt sich aufs Spielfeld. Das ist ein Ultrakill. Angel Knives reckt die Fäuste in die Luft. Du hast gewonnen. Ja, ich hab gewonnen. Nicht schlecht für das erste Spiel. Und? War ganz okay. Ach komm schon. Ja, hat Spaß gemacht. Hörst du das? Hey hör mal, wir sollten zurück. Stirbt sie? Ich muss zurück. Du hast noch jede Menge Zeit. Riley, ich kann mir solche Sachen nicht mehr erlauben. Wir machen einfach morgen weiter. Geht nicht. Na, dann halt irgendwann anders. Ist sie gebissen worden? Sie wollen, dass ich verschwinde. Verschwinden? Aus Boston. Ich soll zu einer Gruppe in einer anderen Stadt. Ich hab gesagt, dass ich in Boston bleiben will. Aber du weißt ja, wie Marlene ist. Nichts macht sie einem leicht. Alles ist ein Test. Sie holen mich morgen ab. Okay. Das war alles? Na, was willst du denn hören? Was weiß ich? Wie wär's mit einem guten Rat? Ich mein's ernst. Warum hast du mich hierher gebracht? Ich wollte dich sehen. Nein, warum hast du mich hierher gebracht? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Du willst mein Rat? Geh. Na los, verabschieden wir uns. Autsch. Ich schau mal, woher die Musik kommt. Riley! Riley! Wenn sie jetzt stirbt. Ich kann es. Wo zur Hölle ist sie hin? Riley? Riley? Noch sehe ich nichts. Aber ich glaube auch, dass das Ganze durch eine Cutscene eingeleitet werden würde. Also im Sinne von, dass ich die jetzt auch nicht sehen könnte. PS4 ist echt laut. Weil das Problem ist, ich habe das Spiel jetzt via CD, nicht via PSN-Account. Also ich habe das nicht als Rund-Download-Titel, sondern tatsächlich als CD-Titel. und das CD-Laufwerk der PS4 ist meiner Ansicht nach sehr laut. Okay. Hast du sowas schon mal gesehen? Ist unser Gespräch beendet? Keine Ahnung, ist es? Du hast keinen Grund sauer auf mich zu sein. Ich bin sauer auf dich. Warum? Weil ich deine Meinung hören wollte? Wann war dir meine Meinung hier wichtig? Es war doch gut. Es war verdammt gut. Und dann sagst du, ich soll mich verziehen und verschwindest einfach? Dieser ganze Tag. Fühlst du dich schuldig? Soll ich dir leichter machen? Bitte schön, kannst du gerne haben. Ich müsste eigentlich auf der anderen Seite der Stadt sein. Wenn ich als Firefly erwischt werde, bin ich tot. Wegen Schuldgefühlen habe ich nicht eine Stadt voller Soldaten durchquert. Und ja, ich habe Dinge getan, die ich gern ungeschehen machen würde, aber... Ich versuch's. Hm. Apropos. Diese Wasserpistolen, auf die du scharf warst? Dafür hätte man mich fast erschossen. Überraschung. Okay. Drei... Okay. Zuerst mach ich dich fertig. Und dann reden wir. Macht euch auf eine Dusche gefasst. Mal sehen, was du drauf hast, Firefly. Mach's dir nicht zu bequem. Ellie, komm schon! Okay, sorry. Oh, fuck. Komm, komm. Dankeschön. Wunderbar! Ach du Scheiße. Schließ die Augen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich komme! Okay. Versuchen wir mal, das Spiel zu gewinnen. Indem wir gucken, wo könnte sie sein? Ich nehme an, sie sitzt in irgendeiner... Ich hab sie. Ich hab kein Fadenkreuz. Moment, sie war hier. Ich weiß, dass sie hier war. Was zum... Das war jetzt Glück. Okay, gewonnen. Okay, wer zwei von drei schafft. Also nochmal. Na gut. Na gut. Schönen. 2. 3. 4. 5. Du bist tot. Ich weiß auch nicht, ob sie über... Ob sie automatisch weiß, wo ich bin oder... Ob, ähm... Ich weiß, wo sie ist. Ich weiß ja, wo sie ist. Sie ist auf jeden Fall hinter dem Regal. Okay. 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 1, 2, 5. 1. 1, 2, 5 ist auch nett. Hab ich sie da gerade schon wieder gesehen? Hab ich mir das gerade angewöhnt. Da hab ich sie gesehen. Hab dich. Hab dich, meine Liebe. Oh Mist. Oh Mist. Was hab ich getan? Hast du sowas schon mal gesehen? Die Hundemarke gehört aberkannt. Wow. Jetzt bist du gemein. Jetzt reicht's. Wir machen's nochmal. Oh, Riley. Ich würde so gern weitermachen. Aber wir machen's zu. Aber ich muss dir... Okay. Ich kann nicht ein Stück weg kommen. Denk schon. Wird ich mir das gerade ein oder ist das unglaublich leise? Hey, also... Das kam vorhin blöd rüber. Aber... Ich hab's echt so gemeint. Du solltest gehen. Das ist etwas, was du schon immer wolltest, seit... Du weißt schon. Seit Ewigkeiten. Soll ich dich aufhalten? Ja, du könntest das. Nein, bitte geh nicht. Ich werde dich so furchtbar vermissen. Ich komm klar. Und du kommst klar. Und wir werden uns wiedersehen. Ich kann mit denen nichts anfangen. Ich kann mit denen nichts anfangen. Du wirst mich wirklich furchtbar vermissen. Klappe. Lass liegen. Komm mit. Was soll das werden? Wasser? Auf einer Glasvitrine. Auf einer Glasvitrine. Die Zahai. Komm. Was ist denn? Ich muss zurück. Was ist los? Oder kommt jetzt das, was ich auch erwarte? Ich gehe nicht. Ich habe... Sorry. Wofür? Was machen wir jetzt? Uns fällt schon was ein. Aber ich fürchte, Marlene spielt da nicht mit. Let'em see. We are all alone. Okay. Ready? Ähm. Joel! Hauptsache, die ist in dem Helikopter eingeschlafen. Okay. Okay, hier ist erstmal niemand. Wir machen hier einen kurzen Cut und begeben uns dann vermutlich zum letzten Part dieses kleinen DLC-Let's-Plays. Martin. Amen. Vertraue.